Herzlich Willkommen zu einer Runde Bedwurst mit Brownie Pilzi. Moin. Moin. Brauchst du dich in die Mitte? Äh, nö, ich geh erstmal hoch. Ich kenn die Map nämlich noch nicht. Achter, das ist das Bett. Okay. Ich brauch mich in die Mitte. Gut. So. Ich brauch... Wo ist der Stoff? Da ist der Stoff. Und ne, das ist eine Kackmitte, dass wir gehen zu... Gelb. So wie bei GOMED DRAGONS. So wie bei GOMED DRAGONS. Äh, kenn ich nicht. Schade, zu wenig. Ähm, hast du... Wie viele Block hast du? Äh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Hast du ein Schwert? Nein. Dann brauch du weiter. Hier. Bau. Alter. Hol ein Schwert, ne? Hab ich. Deswegen geh ich dir die. Bau dich ein bisschen hoch. Ja, genau. Halt dich grad vor. Boah. Ich geh hoch. Nein, 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 nein. Ah, fuck, fuck. Mist, mich, 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 mit, 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 mit. Ah, shit. Hä? Moin? Hä, war das unser Bett? Nein. Nein, wir sind blau. Ich komm mit nem Schwert. Ich renne da jetzt einfach ohne Schwert hoch Lauf, 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 lauf Ja, in aller Ruhe noch eben schnell abgebaut Ja, hab ich auch gemacht Werd weg? Ne, hä, ich hab das eigentlich abgebaut Glaube ich Komm nochmal, einfach, einfach jetzt rauf, immer rauf Nein, niemals wirst du hier hochkommen Was, der Knockback-Stick Komm, ich auch gleich, knüppel Dann werden die alle gekillt Ach, kommt, Jungs Ach, kommt Mist Leute Die bauen natürlich alles zu Nimm, nimm Blöcke und bau dich, ähm Ich hol mir jetzt Blöcke, ganz ehrlich Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß da Was kostet ein Knockback-Stick? Ich brauch eine Spitzhacke, eine billige Jetzt brauch ich noch Blöcke Hast du Blöcke? Wie viele? Kannst du mir welche abgeben? Ja, keine Sorgen, ich hol mich jetzt schon selber Nein! Mann, ich bin tot schon wieder Ja, weil die da so Kacke gebaut haben Nein, ich wollte mich eigentlich hochstecken, dann bin ich am Block zu weit gelaufen Naja Genau, Alter! Einer hat Selbstmord begangen, um mich zu killen Oh, ich Oh, ich Suizidkämpfer Ja, super, jetzt hab ich kein Material mehr, ne? Schönen Dank auch Ja, ich hab auch Ach, grad Was? Die kommen mit Schwert Nicht deren Ernst jetzt, oder? Ich hab nämlich Kommen die jetzt? Nee Gut Ich hol mir jetzt Ich hol mir jetzt Ne Spitzhacke Ich find's wohl lustig Es gibt ja so mehrere Spitzhacken Hä? Oder? Sind die unterschiedlich groß? Ja Die sind bei mir unterschiedlich groß, die Spitzhacken Hä? Wo steht das Bett? Wenn du da hochläufst, da wo die ganzen Steine sind Ja, genau Da In die Richtung Komm mit ner Spitzhacke Hab ich Ich komme Hä? Ach, da oben Nein Geh weg Ich hab ein halbes Herz Ja, ich muss hier grad Ich kämpfe hier grad mit ner Spitzhacken Komm In die In den Kopf, Junge In den Kopf Ja Ha, den ersten aus Alter Hätte er mich nicht runtergeschubst, hätte ich den noch gekillt Ganz ehrlich Komm Ich renne da jetzt hin und kill den mit der Hand Mir egal Natürlich hat er noch Mackstick Mir egal Ist mir egal Das, das wäre jetzt so peinlich, wenn ich den jetzt mit der Schade Das wäre jetzt so peinlich gewesen, wenn ich den mit der Hand gekillt hätte Oh shit Er kommt Er kommt Ich hab aber Schwert Er kommt, er kommt Er hat's überlebt Er kann nicht Er kann kein Mensch sein Er kann kein Mensch sein Er kann kein Mensch sein Ganz ehrlich Oh shit Oh shit Ich glaub wir sollten uns jetzt ausrüsten, oder? Ist unser Bett zugebaut? Warum? Da hinten ist ein Magenta-farbener Ich baue mal unser Bett zu Ja, aber trotzdem Was weiß ich, der hätte hierher hin können Der hatte voll Equipment Wir müssen Der hat Bogen Der gelbe hat Bogen Was? Der gelbe hat den blauen, äh, Magenta-farbener getötet What? Ohne Equipment Alter Das muss aber extremst peinlich gewesen sein, alter Okay, lass jetzt auf den Bogen Ich spare jetzt auf den Bogen Ich nicht Wie viel kostet der erste Bogen? Sag mal Äh, 150, glaub ich Der dauert viel Vermögen Der hat aber ein Zielvermögen, alter Der hat ein Zielvermögen Ui Wazwur schießt er hin Okay, jetzt hat er mich getroffen Hä, wie hast du unser Bett zugebaut? Ja, ich brauche noch 130 Wie viel hast du? Sechs Ich baue das noch mehr zu Jo Viel Spaß Ich muss mir eben was zu fressen holen Sag, wenn der kommt Jetzt gerade kann ich nicht Ach shit, das war Ich will Schnitzel Willst du einen Apfel? Nee Ja Wenn er kommt, sind wir am Arsch Hä, warum? Ja komm, Alter, der hat einen Bogen Was haben wir? Ich hab einen Pfeil Ja komm, ich töte den mit der Macht meines Apfels Die Macht des Apfels darf man nicht unterschätzen Okay, vielleicht doch Aber Schnitzel ist besser So 102 105 108 114 Komm Gib mir 120 So, unser Bett ist zu So, unser Bett ist zu Moin Moin Das war in der Reihe, der ist wieder da Steht der jetzt? Toll Alter Oh shit Oh shit Lasse hol den Bogen Ja, dann gib mir Ich brauche noch, ich brauche noch zwei Dinger Komm, gib mir, gib mir Lass mich da durch Der Bogen, Mensch, kommt jetzt Der kommt Oh mein, der Bogen ist ein bisschen kacke Alter, ist er, ist er Das sieht ziemlich komisch aus bei mir gespannt Der spannt den nicht vernünftig bei mir Da oben Komm, geh da weg, ich brauche Bogen Alter, ich brauche überhaupt erstmal Rüstung Achso Warte Ich habe nur fressen und ich habe den da eben runtergeschossen Sehr elegant runtergeschossen Ja komm, Alter Ich will hier eine Plattform bauen Ja, und ich Und die haben Level-2-Erbogen Weil die haben hier gerade vier Herzen abgezogen Ja, okay, dann wend schon noch ein Hör Damit wir auch an die Sachen auch rankommen Was? Anderthalb Herzen nur Ja, weil du Rüstung hast Die haben hier gerade Einer hat den besten Bogen, glaube ich Der hat mir nämlich gerade fünf Herzen abgezogen Ich glaube, ich sollte Ich sollte jetzt gleich mal das Texture Pack schnell wechseln Weil das, was ich habe, irritiert mich irgendwie Ressourcenpakete Komm komm, 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 komm Ey, ey, ey Weil man kann jetzt vor nicht mehr zubauen Ah, das konnte man noch nie Nicht nicht Was? Ich nicht Nee Du kannst ja drücken Du hast mal geht Ich glaube, das ging mal Irgendwo auf irgendeinem Server ging das mal Und schon gleich ein viel vertrauteres Texture Pack, Alter Welches hast du? Ich hatte eben Mojo-Kraft drin und jetzt habe ich's, ähm, Swax Was hast du? Faithful Hä? Das Faithful von Varro Varro 3, meinst du? Ja Das ist diesmal vorgegeben, ne? Ich weiß Du weißt, dass die ganzen Sachen hier unten spawnen Egal, auch wenn du da oben was drauf baust Ja, hier oben ist er, äh, zum Bogen Hier oben spawnt ihr auch übrigens Ach, deswegen kommt da unten nichts mehr Aber ich dachte, dass das spawnt Wahrscheinlich, weil ich hier oben stehe Nee Nee, wahrscheinlich, weil Wahrscheinlich fällt das von da oben irgendwie runter oder so Oder das spawnt hier dann immer auf der obersten Ebene Also nicht Wenn du höher baust, dann spawnt das noch höher Hast du Material? Ja, nicht Die sind gar nicht mehr da Ach, ich wollte mir gerade... Ich kaufe mir mal ein Schwert Bau das jetzt mal am besten so irgendwie in alle Himmelsrichtungen Also so Richtung Spawn überall hin Das ist hier einfach die Spawn-Plattform für die Sachen, okay? Oh Weil dann hat das Ding Sinn Sonst ja nicht Okay, ich mach das jetzt noch hier Richtung Ich hab die Höhe festgelegt, ne? Guck Hier Ich hab ne Höhe gebaut Keiner sprung Zack Komm Okay, jetzt noch in diese Richtung Statt hier einfach... Oh, schade Ups Ach lol, da ist ein Kacks... Ach, da ist der Kacks-Born auch noch Hä? Ist der Kacks-Born auch noch? Was soll das? Was? Warte mal... Hier muss ne Treppe hin Du weißt, dass die Treppe dann so ein bisschen abgerundet werden muss? So rund... mäßig? Ja, kommt der noch... Ich kann mir nicht mal die billigste Spitzackel leisten... So... So rund... So rund... Gibt mir noch Material Gibt mir Stoff Dahin... Drei So, zack, zack, zack Hä? Ach, du bist da unten Ja Ich wundere mich schon, hä? Sehe ich dich jetzt gerade nicht? Alter, man kann die kaum bauen Hä? Hast du gerade geschossen? Ich werde beschossen Von Team Rot Von Team Rot So, beste Plattform ever Gib mal ein bisschen Material, weil ich für den Bogen Und wie viel hast du? 174 Das reicht für den Bogen Ja, ich brauch einen Pfeil Dann haben wir hier da ein Pfeil kostet, glaub ich Okay, ich kauf dir den Pfeil Ja, jetzt kann ich mich noch selber kaufen Jetzt hab ich einen zweiten Pfeil Ja, dann gib her Dann spare ich noch 50 Dann kann ich mir gleich einen besseren Bogen kaufen Ja, schön, danke auch Es braucht hier unten gar nichts mehr Ich glaub nicht Können die jetzt mal aufhören, sich zu bewegen oder so? Ja, genau, zu zweit Und beide verfehlen Okay, der hat gezogen War ich zu blöd Ja, komm Pfeil Wie bel Ja Äh, wo gibt's eigentlich Eisen? In der Mitte wahrscheinlich Wahrscheinlich wie bei Dragons Aufkommen Ich, 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 ich lauf jetzt einfach mal den Berg hoch Hm, jetzt wirst du runtergeschossen Kann ich nicht Kann mich nicht runterschießen Ah, der ist runter, der ist runtergefallen Ich hab den getroffen anscheinend Weil ich hab nicht draufgeschossen Und gleich gibt's hier einfach mal Gold Um, ganz oben auf der Spitze Ja, aber Ja, dann ist Eisen da in der Mitte Auf diesem Ring, oder? Ah, keine Ahnung Ich glaub, ich bin mittlerweile aus ihrer Sicht Ihhh Ach Hast du, hast du den Läufer gesehen? Ja, ich wollte ihn auch grad abschießen Ich bin hier zu früh gekommen Schade, jetzt Oh na Komm her Oh, schieß ich den anderen Typ da hinten in der Base ab Ich komm mal wieder runter Von meinem hohen Ross Ja Nimm die ganzen Glocke Oh, schade, ich kann das Eis nicht mehr kaputt machen Haben die Bogen noch? Ich weiß nicht, ob ich den Die haben beide Bogen Und einer, und einer ist nur gestorben Sag mal, wenn die schießen Ja, entschuldigen, dass ich grad Wie viel hat der zweitbeste Ja, ich Ja, du wirst beschossen von dem anderen Von, in der Mitte wirst du Beschossen Hä? Genau, Magenta ist in der Mitte Magenta hat die Mitte Wie viel kostet der zweitbeste Bogen? 250 Okay Der beste kostet Oh, Magenta macht einen Angriff Die haben Enderperle Was? Ich werd beschossen Ich hoffe, die haben nicht zwei Enderperlen, Alter Denk dran, in der Mitte ist Magenta Einer ist Es ist nur noch einer in der Mitte Meiner Oh Mann Hä, lol Ein Rotter stand die ganze Zeit Auf Kader rum Tschüss Schließt noch einmal auf uns Du bist tot Verarschen Ich treff ihn, bevor er überhaupt zielen kann Alter, der ist, der ist gut in Der ist gut im Bogen, Alter Einer ist, der eine ist gut im Bogen Ich hab einen getroffen, einfach mal Weil ich Gerade gegessen hab Und einfach losgelassen hab Einfach mal Einfach nur so Ohne, ohne Großzielen Das nennt man Skill Du wirst beschossen Du weißt, dass dieser Weg uns nicht mehr wirklich bringt Den musst du jetzt in die Mitte bauen Immer diese extra Anforderung Ja was, da spawnt kein Material mehr Was wollen wir da? Das letzte Team ist Magenta Und wir sind schlechter equipped als die Lol, ist der wirklich Magenta? Ja Alter Hat seine Vorteile, mit mir im Team zu sein Ich hab ne Idee Wie viel Material hast du? Äh, nein, nein Äh, wir müssen auf den Magenta-Farbenen gehen Was? Der ist bei unserem Bett Ich bin nicht tot Alter War das knapp War das knapp Der ist tot Ja, der hat gerade unser Bett freigelegt Äh, wie ist der hergekommen? Mit der Enderperle Womit denn sonst? Oh, zurückgemacht Oh, Georg ist alleine mit Bärner am Hafen Keine gute Sache So, besten Bogen, Alter Jetzt kriegen die Wacht auf die Fresse Okay Ich zieh mich erstmal zurück Und heile Ich hab nur noch vier Herzen So, bestes Schwert Ich hab besten Bogen Ich hab auf den besten Bogen gespart Das kostet goldener Apfel Keine Ahnung Ich hab einen goldenen Apfel Ich hol mir jetzt einen, weil ich heilen muss Nein, mach das nicht Okay, für den äußersten Notfall Hab ich einen goldenen Apfel Ganz ehrlich Und jetzt kriegen die erstmal ein paar Schüsse auf die Fresse Lol Ja, stimmt Der eine hat keinen Bogen, glaub ich Der eine hat keinen Bogen mehr Alter, wenn wir den nächsten killen Sind wir die Overpowerten Sind wir die Höchsten Ich könnte versuchen Äh, hier rüber zu gehen Und dann in die Mitte Soll ich das machen? Womit? Ah Das muss er kurz alleine schaffen Ich lauf in die Mitte Ach du Ähm Scheiße Ja, gegen zwei Schönen Dank auch Hä, sind die bei uns? Nein Hier Er kommt, er Einer kommt, einer kommt, einer kommt Einer kommt, einer kommt Einer kommt, einer kommt Okay, unser Bett ist weg Unser Bett ist weg Ich bin am Arsch Ich bin am... Ich bin am Arsch Wo ist der? Da oben, da oben, da oben, da oben ist er Der ist da oben Hä, Leute, was hat der für ein Effekt? Ja, das frag ich mich auch die ganze Zeit Was haben die für Effekte? Der spannt den Bogen, glaub ich Hä, wo ist der? Das, der, der, der hintere schießt Der hintere schießt Boahs Ich bin tot Ich hab goldene Apfel gefressen Los, kill ihn, kill ihn, kill ihn, Alter Ich hab, ich hab den schon damage zugefügt, aber ich hatte Der schießt auf dich, der Ah, ich lebe Ein Herz Versteck dich, der schießt die ganze Zeit auf dich Ich brauch einen goldene, ich brauch einen goldene Apfel Ja, jetzt kannst du kommen, jetzt schnell, 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 schnell Ich hab den eingetroffen, der hat sich, oh gut Ich hab einen Stärketrank Okay, ich brauch, ich brauch, ich brauch eine bessere Rüstungsplatte Wie viel hast du noch? Ich hab 18 noch Warte, welche brauchst du? Ich hab die Einser Oh, ich hab die Zweier Ich kann dir die Zweier holen Ja, mach mal bitte Das wäre praktisch für mich, weil Wahrscheinlich, genau aus diesem Grund bin ich auch immer so schnell down gewesen Ich hab einen Stärketrank und goldenen Apfel Genau, meine Durabilität vom Kettenhemd 1 sind nur 20 runter, ne? Bei den ganzen Damage, was ich eingesteckt hab Soll ich das nochmal versuchen, den Weg? Aber lass zu zweit machen Nein, ach, unsere Base können wir eigentlich auch aufgeben Es spawnt kein Material mehr Doch Ach stimmt, weil wir noch leben Warte, aber dann lass mich noch eben schnell ein besseres Schwert kaufen Das Beste kostet 150, ne? Ja Dann lass mich eben kurz bis 150 warten Äh, ich kann dir noch einen Gutschein kaufen Ach ja, stimmt 4,50 Schmeiß hin Okay, in welche Base wollen wir denn jetzt rennen? Hier links Du weißt, dass es hier nirgends mehr Material eigentlich gibt Ja, aber wir müssen irgendwie in die Mitte kommen Ich will den Bastard da noch einmal treffen, Alter Oder willst du hier wirklich die ganze Zeit rumgammeln? Ja, was willst du denn sonst machen? Das kostet eine Ender-Pelle Äh, ich geh ihm gucken 400 Das können wir schaffen, die 400 Die können wir schaffen mit ihm Ich hab 100 Ja, wir brauchen jeweils nur 200 Und dann haben wir eine Ender-Perle Wir brauchen nur eine Werf die falsch und du bist weg Hä? Was macht der da? Keine Ahnung Ich wäre vorsichtig Ich hab das Gefühl, die kommen gleich wieder Ich stehe da hinten ein Ach, schade Sei vorsichtig Vorsichtig, er guckt, er guckt, er guckt, er guckt Ha, besser Bogen Wir müssen diesen Posten einfach nur einnehmen, Alter Dann sind wir Der schießt einfach nur wild nach oben, ne? Ja Alter, bist du Wahnsinn? Shit, 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 shit Wie viel Leben hast du noch? Ich hab's mein halb Ich hab's mein halbes Leben Also, halbe Woa, ich hab's drei halb Okay, wie viel hast du? Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ich hab 265 70 Okay, ich hab 56 Okay, ich hab 56 Aber ich muss einen pixelgenauen Schuss hinlegen, Alter Okay, jetzt nicht mehr Wusstest du, dass umso weiter die Entfernung vom Bogen ist, umso ungenauer schießt der Ja Deswegen ist es auch schwer, aus 50 Metern Reichweite zu treffen, meistens Oh, schnell, 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 hin, 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 hin Alter, die Ver... Der eine ist... Ist er eine tot? Ich hab 300... 36... Nein, der lebt Komm, du musst bauen Ich hab... Ist er eine tot? Lol Ich hab den da unten von der Plattform geschossen Ich hab gleich 400 Noch 730 Ich baue jetzt mal gerade Soll ich wirklich eine Enderperle holen, oder für dich auch einen Stärketrank? Mir egal, entscheide du Ich hole für dich auch einen Stärketrank, weil Enderperle ist unnötig Okay, da brauche ich noch 100 Alter, ich hab 1100 Ja, hol dir auch einen Stärketrank Äh, also was hast du jetzt gekauft? Ich hab nur nichts gekauft Dann kauf dir eine Enderperle Okay Stärke und Enderperle jetzt Ich hab... äh, Stärke... warte, ich brauch noch Blöcke Alter, wie mir das jetzt gerade erst auffällt, ne? Wo siehst du das nicht? Wie viel hattest du gerade? So, noch eben, beste Brustplatte Nur noch eben... hast du Blöcke? Kannst du Blöcke haben? Ja, ich hab... äh... Steck... äh... Steck... Ja, komm, ähm, warte, ich hol mir... ich hol mir dann auch noch einen Warte, jetzt hab ich zwei Stacks Alter, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass die da jetzt nicht kommen Wir haben beide einmal gekillt Ne, einer hat überlebt, einer hat, glaube ich, überlebt Eine hat überlebt Aber das war gerade ein Massaker Ich so... hat er überlebt, du so... nein Ich so... oh, da unten ist er Und schließ ihn einmal ab Da hast sich eine zweite Plattform gemacht, ne? Äh, ich bin da Ja, ich auch Los, lauf Komm, wir brauchen ein bisschen Sicherung Ich guck das... Alter, einfach nochmal richtig abgesahnt gerade Äh, ist das Eisen? Ja, in den Dingern ist Eisen drin, ne? Dass sie nicht mehr eingenommen haben, ne? Wahrscheinlich nur, um uns noch zu killen, nur den genommen oder so Ich sichere den Weg hier ein bisschen ab Lol Äh, komm mal her Weißer, ich bin... Nein, du kannst... brauchst nicht kommen Äh! Hast du es gerade gesehen, wie weit ich zurückgepackt wurde? Ja, ich wurde auch gerade richtig zurückgepackt Okay, ich dachte schon, dass die... Hä, ich hab jetzt hier ein... Alter, das Spiel wurde richtig... Aber wir setzen ein bisschen, ne? Ja, bei mir wurden auch gerade Blöcke entfernt Ich werde beschossen Ich seh's Oh, die gehen... Da ist Gold! Die sind zum... Die sind beim Gold Die haben immer noch das Gold Ich weiß Schön, dass die so einen Weg für uns gebaut haben Nett Oh, fuck! Ich hätte den erst saufen sollen, Alter Erst saufen und dann hätte ich reinspringen dürfen Ja! Ja! Somit haben wir verkackt, sagen wir mal so Ja! Und damit beenden wir die heutige Folge Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020